Einer der Nachbarn von Elke H. hatte wie viele andere auch in der Silvesternacht Feuerwerksraketen gestartet, die er zuvor in einen Schneehaufen gesteckt hatte. Eine davon war zunächst etwa sechs bis sieben Meter senkrecht in die Höhe gestartet, schwenkte dann aber ab und flog in ein geöffnetes Dachgeschossfenster des Hauses von Frau H., wo infolgedessen ein erheblicher Brandschaden eintrat. Kann sie den Nachbarn wegen der nach ihrer Meinung nicht ausreichenden Sicherung des Flugkörpers haftbar machen? Das berührt die Sorgfaltspflichten beim Umgang mit pyrotechnischen Erzeugnissen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man von jedem, der solche Feuerwerke abfeuert, ein Mindestmaß an Sorgfalt erwarten kann. Bei pyrotechnischen Erzeugnissen ist der Level vielleicht auch etwas höher anzusetzen, aber einen übertriebenen Maßstab, den muss man dabei natürlich auch nicht verwirklichen. Welche Sorgfaltspflichten gelten denn für denjenigen, der ein Silvesterfeuerwerk abfeuert? Grundsätzlich diejenigen, die für jeden anderen, der vielleicht etwas mehr oder weniger gefährliches tut, auch gelten. Es ist also so, dass man vorhersehbare Gefahren vermeiden muss, vermeiden soll. Man muss also ein bisschen vorausdenken natürlich, man kann nicht einfach bedachtlos drauf losknallen hier in der Silvesternacht, sondern man muss ein bisschen überlegen, was könnte passieren. Man muss also die Raketen, die ja ein gewisses Risiko darstellen, natürlich sicher aufstellen, so, dass man einen möglichst sicheren Platz wählt, dass man also guckt, wo könnte denn die Flugbahn dieser Rakete lang führen und wenn da Risiken vorhanden sind, dann muss man diese Risiken nach besten Kräften natürlich vermeiden. Wenn man aber davon vernünftigerweise ausgehen kann, dass das also eine normale Flugbahn nimmt, so eine Rakete, dann ist man da schon eigentlich mit seiner Sorgfaltspflicht auf der sicheren Seite. Ist denn ein Schneehaufen so ein sicherer Platz? Na ja, wenn die Rakete darin sicher eingesteckt werden kann, das also nicht zur Seite wegrutschen kann, dann denke ich mal, ist eine normale Flugbahn zu erwarten und dann kann man das schon durchaus als sicheren Platz bezeichnen. Üblicherweise nimmt man ja auch so Flaschen, wo man das reinstellt. Da kann natürlich nichts zur Seite wegrutschen, aber wenn man festen Schnee hat, der so ein bisschen verharscht ist, ist das manchmal so in der Silvesternacht in der Kalten, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Rakete da also auch sicher steht. Und hier ist es ja auch tatsächlich so, dass die Rakete zuerst nach oben weggeflogen ist. Wie verhält sich das denn nun ganz konkret mit den Schadensansprüchen unserer Zuschauerin? Ja, ich hoffe, sie ist gut versichert, weil das OLG Stuttgart zum Beispiel im Jahre 2010 schon auf solche Gefahren in der Silvesternacht natürlich hingewiesen hat, indem es gesagt hat, man muss sich auf solche Gefahren, das ist nun mal ein bisschen gefährlich, das ist aber ein Brauchtum, das Silvesterfeuerwerk. Und deswegen muss man sich auf diese Gefahren, die sich notwendigerweise mit diesem Brauchtum, die damit einhergehen, muss man sich einfach ein bisschen einstellen. Deswegen ist jeder gehalten, der Grundstücke und Gebäude hat, dass man da zum Beispiel Türen und Fenster verschließt und die nicht einfach offen stehen lässt. In dem Fall, den das OLG Stuttgart entschieden hat, war es glaube ich eine Scheune, die unter dem Dach einige Öffnungen hatte und da ist da auch so eine Silvesterrakete hineingeschossen. Wir werden hier wahrscheinlich nicht von einer Pflichtverletzung desjenigen ausgehen können, der hier ein Silvesterfeuerwerk abfeuert, weil der sich ganz normal verhalten hat, so wie jeder andere auch, der das tut, sondern wir müssen wohl eher davon ausgehen, dass es einfach ein Unglücksfall ist. Angenommen, dass doch jemand solche Schäden verschuldet, weil er die nötige Sorgfaltspflicht vermissen lässt, ist man dagegen versichert? Naja, es ist keine Pflichtversicherung. Also für seine eigenen Versicherungen ist jeder selber zuständig. Jeder muss selber sehen, gegen welche Gefahren er sich versichert. Also ein Haftpflichtversicherungsanspruch ist es wie gesagt nicht. Die eigene Hausratversicherung, die könnte eventuell, oder die Gebäudeversicherung, die könnte natürlich für so einen Eigenschaden aufkommen, der da durch einen Brand oder durch sonstige Einwirkungen von außen aufgetreten ist. Wenn der Verursacher, also wenn derjenige, der die Rakete abgefeuert hat, dann doch seine Sorgfaltspflichten verletzt hätte, dann käme noch in Betracht, dass derjenige eventuell seine eigene Haftpflichtversicherung in Anspruch nimmt. Die wird aber nicht eintreten, wenn grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz vorliegen. Frage und Antwort Meine Versicherung reguliert meines Erachtens einen Schaden nicht richtig. Wenn ich die Ansprüche einklagen muss, welches Gericht ist dann örtlich zuständig? Ja, die Zivilprozessordnung, die sagt einerseits, dass der Beklagte immer an seinem eigenen Sitz zu verklagen wäre. Aber hier haben wir die Besonderheit, dass das Versicherungsvertragsgesetz, das VVG, die Option hat, dass sie also an ihrem eigenen Wohnort die Klage erheben können. Sie haben also ein Wahlrecht und können deshalb durchaus auch einen Anwalt an ihrem eigenen Wohnort aufsuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017